Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Soft Park, das Spiel, Stopp der Wachheit. Wir gehen in die Abtreibungsklinik, Abtreibungsklinik, verdammt, jetzt weiß ich es wieder. Letzte Folge habe ich ja nicht gewusst. Hallo. Hi, hier für eine Abortion? It's okay, don't... I'm sorry. Your little friend will have to wait out here. Oh, you did. I'll be right here. Aber ihr habt mir das Kind gezeugt. Okay. Records Room. Jetzt müssen wir uns als Doktor verkleiden. Okay. Haha. Oh Gott. Oh Gott, ich guck... Oh nein. What the... Wow, never seen that before. You burned out the vacuum. I'm gonna have to get this thing fixed. Be back in a minute. Okay. Das heißt, wir können jetzt schnell die Sachen da klauen, oder was? Ah, Doktor. Oh, bin ich nicht hübsch? Mit meinem... Mit meiner Spitzhack in der Hand. Access granted. Thank you, Doktor. Die benutze ich natürlich auch immer. Um... Alles mögliche... Raus zu tun... Raus zu tun... Raus zu tun aus einer Frau. Ja. Oh Gott, nein. Oh, damn it. Oh, it's you. Thank God. Something strange is going on here. The PTA reviewed that tape you got us. The Taco Bell has something called a Plan B. They've been here looking through these records, but... Why would they be interested in the gynecological files of the women of South Park? I'm afraid now you know too much. We have two more asking a lot of questions. Deal with them quietly. We can't let anyone find out what we were doing there. Before you kill us, tell us why. Why is Taco Bell taking the records of women's vaginas in South Park? I'm picking up some hot readings on the USK. Tell us, what do women's vaginas and Doritos Locos Tacos have in common? USK is going crazy. Oh, shit! There's an outbreak here! We have contamination in Sector 7! All units to Sector 7 now! Secure the entire building! Put that woman in restraints! Ah! What's going on? Uh, Taco Bell security. Your clinic is infected with a Nazi zombie virus. Nazi zombies? That's ridiculous! And bigoted! I happen to be German! He's one of them! Ah! Tell people what you saw here today! Let's go! Quarantine the place! There's something crawling under the floor, Sam! There's something crawling under the floor, Sam! Und ich hab meine Rüstung nicht an! Oh, das wird nichts! Das wird überhaupt nichts! Ich seh's kommen! Mit deutscher Freude! Scheiße! Gestalterer Gebenheit! Scheiße! Ja! Fuck, fuck, fuck! Okay, ich muss meine Rüstung anziehen. Moment! Meine geile Nekromanzen-Rüstung. Halt! Falsch! Richtig! Jetzt haben wir ja das letzte Mascher geschafft. Moment mal, die kann ich doch auch einfach so besiegen. Ja, okay. Zumindest einen. Zumindest einen haben wir schon mal getötet vorher. Alter. So, bei der Knobachs greife ich den Knobach an. Dann zünde ich dich an. Ich brauche eine Health Potion. Warte mal. Ach Gott, so dank. Ich hab schon gedacht, ich hab keine großen mehr. Juhu! Du hörst irgendwas in da? Ähm, Moment. Aha. Oh nein. Ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Jetzt muss ich den... Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja komm, ich hab doch nichts gedrückt. Juhu! Ah! Oh, meine Böse! Meine Böse! Meine Böse! Meine Böse! Meine Lieblingsböse! Meine Lieblingsböse! Ich lasse es nach 5 Uhr, Doktor! Können wir das bitte kurz mitbekommen? Oh fuck. Oh mein Gott, bitte nicht. Oh, das ist kalt! Das ist kalt! Das ist ungefähr so weit wie ich kann, Doktor! Okay, okay, mach es. Ich bin bereit. Oh nein. Oh nein. Oh boy! Alter, ich hab' ihm sein Hoden angesaugt. Get it off! Get it off! Aua. Watch the ball! He did it! Ja! Alright, so er ist ein realer Doktor. What the hell? Oh shit! Clear the building! The area's been compromised! Get out now! Aber vorher... Wieder umziehen. Okay. Kommst du mit? Ah, you go ahead. Might be well before I can walk very well. Okay, das schaffst du natürlich auch recht. Ich will sie leben! Oh nein... Ich bin hier für dich, Junge! Ja, für uns! Guck mal! Look at that little fella! Are those little babies sucking blood? We should get this guy to a doctor before it's too late! Ähm... Nein, das war falsch! Ähm... Ja... Aha! Okay, warte mal, warte mal! Knobberst! Jetzt kann man nicht so hochklettern! Und muss jetzt gegen Ratten kämpfen! Gegen Nazi-Ratten! Gegen Nazi-Zombie-Ratten! Oh! Zu viel! Aua! Stolzere Gebenheit! Aua! Nur eure schule! In stolzer Freude! So, dann beende ich dich mal! Beende ich's mit dir mal! Wir folgen in Deutschland! Auch wenn jetzt der Batten stirbt, die Ratte stirbt auch! Aber da haben die Ratten gerade Hitlerbärte gehabt! Oder sah das jetzt bloß so aus! Dem Spiel traue ich mittlerweile alles zu! Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht! Äh... Okay, jetzt bin ich hier! Ah, hier kann ich hoch! Ah! Kann ich runter, da kann ich dann... Hups, oder? Äh... Achja, genau! Falsche Tastee! Das war... Das war das Falsche! Scheiße! Äh... Ich bin grad dumm! Ah ja, hier! Das war's, glaub' ich, ja! Nice! Alles mal schnell klauen! Muss ich doch gegen die kämpfen, oder wat? Scheiße! Scheiße! Haben die Scheiße gesagt? Why can't you just leave us alone? Scheiße! Nazi-Zombie-Fetos... Fotos... Wie heißt das deutsche Wort? Feto... Fotos... Oh mann, zu früh! Scheiße! Das war knapp! Scheiße! Scheiße! Und noch mal Basketball spielen! Scheiße! Zeig mal wie männlich du bist! Scheiße! Scheiße! Und ich beend's mit meiner... ...knobischen Axt! Nein, ohne Liebe! Oh, ich wollte dir die Merse zeigen! Ich hab' irgendwie nie... Ich hab' irgendwie nie... Ich hab' irgendwie nie... Äh... ...dingens... Geh' mal noch mal hoch! Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Da muss ich denn hin? Ich hab' hier ge... Aha! Aaaaah! Hat mir das jetzt irgendwo was gebracht? Ach so, wären die Ratten tot gewesen bestimmt! Wenn ich ja klein bin, kann ich ja auch anders rum gehen. Ah, ok, cool. Oh, nein. Komm, Badders, wir müssen hier raus. Schnell, ok. Äh, Taco Bell. Ich nehme ein Blatt für dich, Commander Duespeg. Ich glaube, das würde nicht alle anderen Blatt stoppen, hm? Ach, Moment mal, der hat ja da eine Handgranate in der Hand. Ah, dafür müssen wir groß sein. Aha. Jetzt machen wir uns nochmal klein. Jetzt kommen wir hier hin. Aber hier können wir irgendwie nix machen. Außer den Shimun fangen, äh, zu finden. Ne, wir müssen schon da hoch. Ach, da vielleicht hin. Ähm, dann das Wasser ausdrehen. Aha. Jetzt ist da was zum Dranschießen. Aha. Oh, ich bin so schlau. Und jetzt groß werden. Und die Scheiße in die Luft jagen. Oh, und jetzt nochmal gegen Babys kämpfen. Booms, die Waldfee. Booms, die Waldfee. Aber ich hab, ich hätt, irgendwie hab ich, hätt ich gern einen anderen Partner. So, jetzt pass auf. Jetzt werfen wir mal auf den. Ich wollte eigentlich, dass der hintere abgekriegt, ab, äh, damage kriegt. Da ist das. Aber gut. Ach, ich hab's. Kommen Sie bitte mit uns. Kommen Sie bitte mit uns. Oh, oh, oh. Oh, oh, butters könnte jetzt draufgehen. Niemand mag mich. Ok, Gnom-Pic-Ext. Der hat noch am meisten... Nein Nein verloren Okay noch mal noch mal Knapp was knapp was richtig Ich hätte einfach einen Speeddrunk nehmen sollen Ach komm jetzt muss ich hier echt nochmal alles machen Mies Ah naja ok So das geht in die Luft Gnome 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 Staub Wirpfen rüber Und Fetus Warni glaube ich hieß das gell Halt wir müssen klein bleiben Hups oder Drehen hier ist Wasser leer Aus leer Keine Ahnung Habe ich die Kiste da aufgemacht wollen Brems Dann brauche ich mein Gnomen Rest Hups oder daneben Ja bevor wir jetzt nochmal gegen die Nazi Zombies Fetusse kämpfen würde ich sagen machen wir hier nochmal einen kurzen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss